Ein lebendiges Leben Wir alle wünschen uns ein lebendiges Leben, an das wir uns noch viele Jahre lang erinnern werden. Diese drei Tipps für ein erfülltes Leben mit guter Laune wird dir sicherlich helfen, den Grundstein für ein dauerhaftes Glück zu legen. Hier sind drei Tipps für ein lebendiges Leben. Nummer 1. Tue, was dich glücklich macht. Glück entsteht, wenn man seiner Intuition folgt, um das Bedürfnis nach Liebe zu erfüllen. Wenn du die bewusste Entscheidung triffst, das zu tun, was dich glücklich macht, fängst du an zu sehen, dass positivere und glücklichere Erfahrungen in dein Leben kommen werden. Lerne, deinen eigenen Wohlfühlzähler abzulesen und tue, was dich glücklich macht. Du kannst Glück in allen Ecken des Lebens finden, sei es durch Meditation, gesunde Ernährung oder einfach nur durch ein paar deiner Lieblingszitate. Bevor wir mit dem Video fortfahren, nimm dir doch bitte einen Moment Zeit, um diesem Video einen Daumen hoch zu geben. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Glockensymbol zu aktivieren, damit du keines unserer Videos mehr verpasst. Nummer 2. Verbringe Zeit mit jemandem, der dich zum Lächeln bringt. Du bist der Durchschnitt der fünf Personen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Jim Rohn. Wenn das Zitat oben wahr ist, würdest du nicht mit Leuten zusammen sein wollen, die dich mehr zum Lächeln bringen? Umgib dich mit denen, die deinen Geist erheben, gute Witze erzählen und mit denen du leicht reden kannst. Diese Art von Gesellschaft wird dich für neue Abenteuer begeistern, dich deinen Alltag genießen lassen und dich sogar mitziehen, wenn du es am meisten brauchst. Nummer 3. Liebe, solange du lebst. Liebe ist die Grundlage. Liebe ist das, was wir alle suchen. Jede Handlung, egal wie extrem sie auch sein mag, ist eigentlich nur ein Schrei nach Liebe. Obwohl die Menschen manchmal das Bedürfnis verspüren, etwas Verletzendes zu tun, um diese Liebe zu erlangen. Zeige deinen Freunden, dass du es liebst, mit ihnen zusammen zu sein. Zeige deinen Kindern, dass du eine positive, selbstlose Liebe hast, mit der du sie umgeben kannst. Zeige deiner Familie, dass Liebe bedingungslos ist. Und vor allem zeig dir selbst die Liebe, die du brauchst, um sie anderen geben zu können. Hast du ein lebendiges Leben? Schreib es uns in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ihm ein Like da und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Schreib es uns in die Kommentare.